Matthias Piberg, Lotterfly, Sie haben jetzt knapp zwei Wochen Pause. Für Sie geht es ab ins Nazi-Camp. Was haben Sie für Erwartungen? Ich habe mal neue Coaching-Stuffs und so kennenzulernen. Für mich persönlich gute Leistungen berufen. Es ist natürlich immer eine Ehre, wenn man für die Nazi spielen kann. Das Vertrauen will ich so gut wie möglich rechtfertigen. Was sind Ihre Ziele für das Spiel im roten weisen Trikot? Sicher meine Leistungen so gut wie möglich bringen. So gut wie möglich für die Mannschaft zu arbeiten. Sicher wäre es schön, wenn man nur gewinnen würde. Was halten Sie für das neue Konzept von Sean Simpson? Dass er Ende Jahr nur ganz junge Aufbieter und ihnen Chancen gibt? Sicher gut für uns Jungen. Internationale Erfahrungen sammeln. Ich weiss aus eigener Frage, die ersten Länderspiele sind immer etwas Neues, wo man etwas nervös ist und ein riesiges Zeug rundherum. Ich glaube, das ist gut. Da kann man Erfahrungen sammeln und für die Zukunft wird es sicher etwas bringen. Das ist gut. Äthh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sehen uns. Vielen Dank.